Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Drang's Profit, aber nicht Drang's Profit Classic, sondern Surveyshand. Und ich hatte es ja gesagt, sobald es raus ist, werden wir es uns angucken. Es ist ja im Endeffekt nichts weiter als Drang's Profit Remastered, kann man sagen. So, ich habe jetzt die ganzen Anfangssequenzen mal übersprungen, das habe ich jetzt schon mal alles erledigt. Genauso wie das Haupttutorial, das habe ich auch erledigt, das wo drin steht, drücken Sie W-A-S-D um zu gehen. Braucht kein Mensch. Ich meine, so viele Anfänger gibt es auch nicht mehr, aber das Tutorial muss natürlich sein für die Kiddies, die dann irgendwann mal anfangen zu spielen, die sowas noch nie gespielt haben sollten, dass die natürlich dann auch reinkommen ins Game. Ist logisch. So, das ist unser Schröti. Mehr oder weniger hat er sich nur ein wenig verändert. Ist mittlerweile Waffenmeister geworden oder will ein Waffenmeister werden. Das heißt, wir können große Schwerter, Spürrüstungen etc. pp. aufnehmen, mitnehmen und uns damit beschäftigen. Wir sind wieder am Anfangsgebiet von Buretia in Healthmos. Ja, im Endeffekt, das Blöde ist, wenn man neu anfängt, kann man natürlich seinen eigentlichen Account von Dragons Profit auch nicht mit rübernehmen. Das heißt, mein Charakter Level 98, Elfide oder Schröti mit, ich weiß gar nicht, auf welchem Level wir sind, irgendwas bei 30, 40, schieß mich durch. Das ist ja auch real. Die können wir natürlich nicht mit rübernehmen. Das heißt, man fängt wieder von ganz, ganz von vorne an. Man sammelt wieder Gold, man sammelt seine Drachen, man macht, man tut. Und, man hat natürlich auch keine Diamanten mehr. Kann man auch nicht sich irgendwie hin und her schicken, weil, ähm, ja, das geht halt einfach nicht. Ne? Ähm, ich hab gesagt, wir gucken uns das an. Ich weiß auch selbst nicht, ob das vom Vorteil ist. Ich bin busy. Ja, dass du busy bist, interessiert keine... Ähm, nur, dass man ein Spiel mit verbesserter Grafik rausbringt, heißt ja nicht, dass das besser ist. Ich bezweifle es nämlich gerade stark. Ne, ich ehrlich bin. Ich bezweifle es wirklich stark. Aber gut. Ich hab gesagt, wir gucken uns das wenigstens an. Und Grafik... Grafisch... Naja. Wenn ich jetzt ehrlich bin, hat sich nicht so viel verändert. Wirklich nicht. Also, die Blumen sind immer noch... Ja... Hm? Hm? Äh, Himmel sieht immer noch gleich aus. Ähm, Texturen, naja, vielleicht minimal Glätter gemacht, aber... Wie ist jetzt... Bis jetzt fällt mir nichts auf, was ich hätte nicht auch mit dem... Patch beheben lassen? Na? Ähm... Von den ersten paar Minuten, die ich, ähm... Hier gerade spiele. Das Einzige, was mir mittlerweile aufgefallen ist, dass man hier oben eine durchschnittliche Ausrüstungsstufe hat. Ja, die werden irgendwann mal vielleicht angezeigt, keine Ahnung. Ähm, das wäre so das Einzige, wo ich sage, okay, das ist jetzt eine... Sehbare Veränderung vom, 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 vom Ganzen. Ansonsten, Karte sieht gleich aus. Äh, Inventar ist auch dasselbe. Kannst dir hier wieder schön Diamanten ausgeben, um, äh, das Inventar zu erweitern. Finde ich auch wieder sehr, 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 sehr nett. Ähm... Quest-Tagebuch. Jo, ist auch dasselbe. Drachen. Sieht auch gleich aus. Also, wie gesagt. So viel hat sich da jetzt nichts verändert. Da hätte, das... Finde ich jetzt für mich, für meinen Geschmack, hätte man auch einfach nur ein, ein, ein Patch nehmen können, um das Ganze so zu patchen. Also, wäre zwar ein größerer Patch, ja. Aber... Ähm... Es ist... Für mich... Sieht halt gleich aus. Also, da ist jetzt nicht, wo ich jetzt sagen muss... Boah! Den muss ich haben! Ja? Also, deswegen sage ich, also, ist jetzt nichts, was mich vom Hocker ruht. Briefkasten. Ich dachte, da kriegt man eine Willkommensnachricht. Kriegt man auch nichts. So ein Scheiß. Ja, da habe ich jetzt neue Skills. Ortwechsel. Mit diesem Skill teleportiert ihr euch an einem zuvor registrierten Punkt. Die Registrierung kann bei jedem Transportmeister durchgeführt werden. Jawohl. So, hier ist Fragezeichen, Dorfbeamter. Valuetations. Vieles zu tun und nur ein wenig Zeit, um es zu tun. Da muss ich wieder groß handeln. Jetzt gucken wir mal auf der Karte. Ah, die sind hier weiter hinten, Dorfbeamter. Ähm. Wie gesagt, es ist nichts, hat sich jetzt nicht wirklich viel verändert. Ich nehme es einfach, um einen weiteren Charakter zu spielen, der, ähm, der anders ist. Also, ich hatte, Elfida hatte ich, glaube ich, als Waldläuferin. Schulti hatte ich als Talisman und jetzt haben wir Waffenmeister. Ich glaube Talisman. Oder Orakel, wie das, äh, nee, Orakel heißt, äh, heißt, äh, dick, dick. Talisman ist ja das, weiß ich, mir ums Handgelenk binden kann, damit ich noch irgendwelche, äh, special High-Ends, äh, Gedönses hab. Gedönses, Gedönses ist gut, ja. Viel zu tun und nur ein wenig Zeit, um es zu tun. Deswegen sag ich, äh, bis jetzt haut's mich jetzt nicht vom Hocker und nicht von der Grafik. Ich dachte, wenn, dann müsste jetzt aber auch der Knaller kommen. Aber wirklich, so einen richtigen Knaller. Äh, äh, der kam nicht. Der, also der Knaller kam bis jetzt noch nicht so. Alter, lauf dann hier mal weg. Ich hab deine Que... Äh, Sound-Effekte sind aber auch hier noch ein bisschen sehr hoch. Äh, Audio-Sound-Effekte. Machen wir mal. Auch so die Menüs sehen jetzt auch nicht viel anders aus. Äh, ich bin schon froh, dass man es nicht kaufen muss. Dass man es halt wie immer kostenfrei, äh, spielen kann. Helft dem Jäger östlich von Half-Mod im Kampf gegen die Zombies. Der ist... ...da irgendwo. Ähm, genau, für die, die sich jetzt fragen... Meisterschaften. Ich hab jetzt auf Einhand-Waffen-Meisterschaft geskillt und auf, äh, starker Körper. Die beiden, äh, werde ich jetzt erst mal ein bisschen hochskillen. Hier wäre die Auswahl gewesen von Einhand oder Zweihand. Ich hab mich jetzt für Einhand entschieden. Ob das jetzt... ...so ist. Man kann halt natürlich bei Einhand-Waffen, äh, ein Schild nehmen. Deswegen hatte ich gesagt, äh, wir probieren's mal mit Einhand. Ob das jetzt der Knall-Effekt ist, werden wir sehen. Ich weiß doch nicht. Ich hab Wachmeister... ...hörblich einmal angefangen zu spielen und dann wieder. Ich kenn immer so eher so, ja, ich will Magie und hast es nicht gesehen. Jetzt dachte ich mir so, oh, oh, ganz ehrlich. Ich will mal hier ein bisschen draufhauen können. Aber das kann ich, glaub ich, mit dem Waffenmeister am besten. Zack, 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 zack. Was ist denn der hier? Dein. Hab schon 25 Zombies erledigt und du? Der hat hier zum Beispiel ein Zweihandschwert. Der ist natürlich auch, äh, dementsprechend ein wenig long song. Eine Art und Weise ist ein bisschen zuttet, wenn ich hier kann. Der ist auch, äh, weiß ich nicht, als ich allein auf. Es war wohl eine so gut, äh, weiß ich nicht. Der ist auch, äh, weiß ich nicht. Der ist auch, äh, weiß ich nicht. Ja, du da wäre. die jetzt zurück in die Stadt in die Stadt von Herthmoor und dort den Jäger alles klar wir treffen den Jäger in der Stadt in der Stadt in der Stadt da 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 wo ist denn der wo ist denn der Papa wo ist denn der wo ist denn der Jäger wo ist denn der kehrt in die Stadt zurück zum Jäger hier ist aber kein Jäger wo ist denn der wo ist denn der abgeblieben hier ist der Jäger aber das ist der Jäger warten wir mal kurz ab die besprechen jetzt erstmal alles oh jetzt 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 zämt einen türkis himmelsdrachen ohne ihn zu töten ja das ist eine Quest deswegen hat man immer einen türkis himmelsdrachen ich weiß auch nicht wieso aber der ist halt immer da so aber wie findet ihr denn meinen coolen Charakter also breite Schultern schmale Taille dicke fette Brust dicke Oberarme und dicke Beine dafür ist er allgemein ey etwas kleiner ich dachte ich mach mal einen kleinen Charakter aber gesichtsmäßig wo kommt er an mich ran ich hab zwar nicht ganz so einen langen Haare und nicht ganz so einen langen Bart mit einem Topf drin aber er kommt an mich ran würde ich jetzt mal behaupten so und dann werden wir uns hier mal darum kümmern dass wir einen türkis himmelsdrachen zähmen sag mal willst du hier wirklich nur eins auf den Nudeln haben amulette und so weiter blöder ist man man muss alles wieder einkassen alles um die Kohle zu machen um dick zu machen um jenes wo ist er denn da was ist er was ist er das ist was ist er auch und das ist das ist was ist für Ist meiner, ist meiner, ist meiner. Reizkill-Coach. In der Teichia. Okay. Also in der Teichia gibt es eine Reizkill-Coach. Ich weiß gar nicht, ob es den auch schon vorher gab. Ich glaube nicht. Also ich höre jetzt das erste Mal davon. Bewusst das erste Mal. Wann ich will, hier das Tutorial mal zu machen. Ja, 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 ja. Es ist Zeit für Turmall. Wollen Sie zurück. Level 6! Wir haben Level 6, meine lieben Leute! Das ging jetzt weg. In, ähm, vielleicht spiele ich gerade 20 Minuten, aber trotz all dem, äh, Level 6. Level 6, Baby, Level 6! So, äh, ach genau! Attribute! Ich habe mich entschlossen, Stärke und Konstitution zu erhöhen. Zwischendurch ein bisschen Fokus, ein bisschen Charisma, weil... kann man auch immer mal ein bisschen gebrauchen, aber nur ein bisschen, ne? Ähm, Stärke und Konstitution ist halt maximaler HP. Die brauche ich definitiv. Stärke, ich muss Schaden machen wie ein Beklopter. Und Charisma hier erhöht, äh, Basisattribute und Dauer der Kampfzeit deines Drachens. Also das heißt, meine ganzen Basisattributpunkte werden auch automatisch erhöht. Plus zusätzlich die Kampfzeit meines Drachens, die ich in den Kampf schicke. Was ja öfters mal vorkommt. Erhöht sich. Das ist richtig. Aber das mache ich natürlich auch nicht regelmäßig. Das heißt, ich mache mehr Stärke. Wenn ich jetzt natürlich Charisma mache... Bam! Bam! Na? Ähm, erhöht sich nicht wirklich was. Und deswegen, äh, erstmal ein bisschen Stärke. Das war, äh, stark genug werden, dass wir die... Ähm... Dass wir das Ganze auch, äh, stark genug überstehen. So. Äh, ich werde es mir auch, äh, demnächst gleich aufschreiben, dass ich weiß, okay, wir wollten, ähm, Stärke, Konstitution. Alle, weiß nicht, fünf, sechs Level auf Fokus und alle vielleicht drei Level auf Charisma. Oder vielleicht auch nur alle fünf Level auf Fokus, alle sechs Level auf Charisma. Da müssen wir mal gucken. Aber auch immer nur so einen Punkt, ne? Nicht hier alle drei, sondern wirklich nur so einen. Ähm. Achso, ich habe sogar noch einen Meisterschaftspunkt. Oh! Ich habe hier jetzt sogar mächtiger Schlitzer. Und was haben wir hier? Stärke Training. Neuer Skill. Stärke Training. Effekt bei euch. Stärke plus ein Prozent und Stärke plus fünf Punkte. ist natürlich, äh, das hat hier Konstitution und das hat Stärke plus das, äh, wäre natürlich auch nicht verkehrt. Hm. Weil ich bräuchte Konstitution, ich brauche Stärke. Und dann brauche ich aber auch gleichzeitig irgendwie ein bisschen mal Special Attacken, damit ich ein bisschen was machen kann. Das heißt, ich werde von Level zu Level hier so lang gehen. Die vier werde ich jetzt erstmal nur skillen. Auch wenn hier unten Fokustraining und Verbindungsgedöns... Nein. Wir werden hauptsächlich diese vier erstmal skillen. Ich muss mir das alles aufschreiben. Das ist das Schlimme. Ey, ich vergesse es sonst. Habe ich Donnerstag wieder vergessen. Wenn die nächste Folge kommt. Geht zum Gehirngeverwalter und öffnet das Drachennest. Oh mein Gott, das ist aber richtig schwer. Ja, zum Drachennest. So, ich kann jetzt den hier reinschmeißen. Ähm, ja, meine, meine Fresse. Wir haben natürliche Resistenz. Während euer Drache zugegen ist, erhöht sich natürliche Abwehr des Drachens um 100 Punkte. Wirbelwindklinge. Entlässt Winddruck. Diese verursacht bei Zielen vor euch 211 Schaden. Na, das klingt auch nach einem Plan. So. Wähle zunächst eine Aufgabe aus dem passenden, die Details und Zeichnung. Alles klar. Skill-Ausbildung. Ärzte. Nein, wir wollen die Skill-Ausbildung machen. Er soll... Natürliche Resistenz bringt mir aber persönlich nichts. Ich mach den. Dann machen wir... Oho. Ich kann nur 5 Stunden machen. Kann ich aber auch nicht anklicken. Und das kann ich auch nicht machen, weil ich nicht genug Kohle hab. Alles klar. Gut. Wie ich bescheid, hättet ihr klappen können. Wollt ihr etwas? Spritterfusion beim Seelen... Was, 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 was zur Helle? Warum? Was für neue Skills habe. Ich hab gar keine neuen Skills. Du... Wegwischen. Schlitzer. Schlitzer. Den Schlitzer machen wir mal auf Q. Wegwischen auf E. Mal gucken, ob der Zug passt. Nutzt die Splitterfusion. Splitterfusion. Ich hab mir noch nicht eins rausgekriegt, warum ich jetzt die Splitterfusion nutzen soll, wenn ich noch gar keine Splitter habe. Kannst du nicht fallen. Das ist gar kein Ding mit Savage Hand anzufangen. Also noch sehe ich den Sinn dahinter nicht, warum man so ein Spiel nochmal rausbringt. Wer natürlich neu anfängt und sich sagt, ja, ich will neu anfangen, der kann natürlich mit Savage Hand anfangen. Das ist gar kein Ding. So. Ich werde jetzt auch Savage Hand wahrscheinlich, ich weiß es irgendwie noch nicht, ich kann mich noch nicht so richtig entscheiden, als Staffel 2 von Dragon's Prophet rausbringen. Das heißt also, es geht aber ganz normal weiter mit den Zahlen, nur dass ich denn davor Staffel hinschreibe. Also ST. Ich glaube, das kann man am besten unterscheiden, weil wenn ich jetzt Dragon's Prophet und Save Savage Hand separat mache, ich glaube, das bringt nichts. Also wir machen einfach einen Neuanfang mit Savage Hand. Wir spielen erstmal eine Runde, vielleicht bis Level 20 und entscheiden dann, ob wir damit weiterspielen oder ob wir mit Dragon's Prophet Classic weitermachen wollen. Okay? Gut. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Däumchen nach oben. Ansonsten abonniert nicht vergessen, dann verpasst ihr die Videos nicht. Und dann sehen wir uns auch schon am Donnerstag zu einer neuen Folge von Savage Hand, Dranks Prophet. Bis dahin, euer Schröti. Ciao. Hooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020